Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Scharke. Heute möchte ich Ihnen unsere Klemmbacke und die Vielfältigkeit dieser vorstellen. Die Backe wird mit der Verbindungsklemme seitlich an den Schrankenzaun eingeklemmt und dadurch benötigen Sie kein zusätzliches Werkzeug. Eine weitere Einsatzmöglichkeit unserer Klemmbacke ist die Verbindung mit der dazu fassenden Fußplatte. Schlemmen Sie die Backe einfach in den dafür vorgesehenen Schlitz, dadurch ist eine enorme Stabilität gewährleistet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Mitarbeiter. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Daumen oder abonnieren Sie unser Kanal, um keine weiteren Infos zu verpassen. Noch einmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.